ARD Text im Auftrag von Funk Seid mal alle leis, erzähl mal bitte die Geschichte in die Kamera Ich wollte Pizza essen und dann kam der Kenner und da haben wir ein bisschen gesprochen so Er kommt in die gleiche Stadt wie ich, dein Kosovo, aus Pristina Und dann hat er ein paar Namen erwähnt Und dann, der ist mein Onkel, der ist auch mein Onkel, sagt er Okay, wir sind Cousins, okay, wir sind Cousins Offiziell Herzlichen Glückwunsch Morgen, du, keine Ahnung Wir haben Familienfeiern, wir haben Familienfeiern Mach Familie, Leppi, Wallah Wallah, weißt du, wie gerne ich von Kennern die Reaktion gesehen hätte, als er gedacht hat Ich schalte doch, ich schalte doch hier Ich schalte doch hier Ich schalte doch hier Ich schalte doch hier Weißt du, wie ich gestern totgelacht habe, wo der Kennern seinen Dings gemacht hat? Könnt ihr dich einfach schnick schnack schnack machen? Sick der, ah, sick der, ah, sick der Okay, fangen wir an Sarko, erzähl mal Also einmal kurz zur Erklärung Da, wo ich herkomme, bist du oft auf dem Boot und sehr lange Und als kleines Kind wird dir auch echt schnell langweilig Deswegen fällt dem ein oder anderen ein ganzes Spiel ein Und eins dieser Spiele ist Tiere raten, Städte raten, Länder raten, Frauen raten, keine Ahnung, Namen, was auch immer Und wir dachten, wir fangen einfach locker an Ich fang mit einem Buchstaben an und sagt, irgendeiner sagt dann Stopp oder so A und dann sagt einer Stopp, dann sind wir bei Also sagen wir N ist dann der Buchstabe, der getroffen ist und dann müssen wir auf jeden Fall eine Stadt finden Auf N, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste Der, der patzt, der ist raus, Bruder Wir gehen jetzt so eine Runde oder andere Okay, okay, geil Okay, zehn, Sie kommen hier Okay, lasst uns hierhin anfangen Okay, und finish A Stopp D Brotzeiger sind Mit Start, ne? Das ist los Brotzeiger sind Brotzeiger sind Dortmund 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 Dresden Tierwache Oder was? Den Haag Den Haag Begriff ich das Duisburg Düsseldorf Ey, wo hast du schon gesagt? Ja, Bruder, aber er hat gesagt, er hat falsch gesagt, er hat falsch gesagt Nein, das ist ja nicht einfach Raus, bitte raus Dort Dörrsen Dörrsen Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Skandal 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 Datteln Hör? Darlene Darlene Meinst du Darlene aus UK oder aus der Stadt? Darmstadt Ich weiß nicht 10, 9, 8, 7 Ich weiß nicht Ich weiß nicht 4, 3, 2, 1 1, 2 Dormann Dormann Ich hab schon Dormann gesagt Nein, hast du nicht? Nein, du hast Datteln gesagt Du hast Datteln gesagt Du hast Datteln gesagt Ich schwöre, er hat mir gesagt Er muss auch raus Was hat er denn gesagt? Ziehst du mich mit? Was hat er denn gesagt? Ich hab doch Dormann schon gesagt Ja, aber er hat mir gesagt, sagt es Stopp Land Ja Honduras Oh Ich wollte doch Fußballer 1, 2 Hungary Das ist Ungarn Das ist Ungarn Das ist international 3, 2 3, 2 6, 4 3, 2 1 Ja Azub 3, 2 Hals 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 Asu Also Out Du musst jetzt A sagen Ich will ja verlassen Wert Du sagst A, du zählst die Buchstaben Und Bighi sagt St Was ist das nächste Kategorie? A Stopp Hä? Warum soll ich mir das Stopp sagen? Decker, du musst Alphabet weiter nach Kaut hin. Du bist einfach Stopp. Woller, juckt dich nicht. Ich muss vergessen, wie das einfach weg geht, Bruder. Okay, los, go. Ich sag nur 26 Buchstaben. A. Stopp. Z. Chiara. Ah, du bist so ein Pfarr. Er wollte ganz alt Z. Z, Z, Z. Chiara. Der sagt einfach Z, der sagt Chiara. Ich sag die C. Hey, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, sag mal. Seh mal. Seh nicht. Äh, C. 5, 4, 3, 2, 1. Burak, ey. Hey, ey. Wer sitzt du noch mal hier? Beruf? Beruf geht hart. Let's go. A. Stopp. J. J. Jäger. Bari. Ja, stark. Was ist Beruf? J. Jugendbetreuer. Ooooooh. rumors. Bruder, du spielst gegen mich. Gulda, du spielst gegen mich. Ich pack mal das Handy jetzt weg. Sieben. Was ist das Handy jetzt weg? Handy gegen mich oder er geht es mit? Du schlwhatst du noch, Bruder? Ich verwarte, du geht es mit! Freund, du wärst ein Gegner! Paragraf 31. Bruder! Du bist? Der hat mich gezieht einmal, Bruder, auf 31. Ey, guck mal, pass auf, ich bin hier auf meine Handy. Ich weiß genau, was passiert ist, er hat dir ein Wort gesagt und hat es selber gesagt. Nein, ich denke mir so, ich denke mir so, ich überlege, ich guck nach rechts, ist hier dieses Handy wieder leuchtet und da ist mir überhaupt übereingefallen, was er die ganze Zeit macht. Bruder, ich schwör mal. Bruder, muss man, ich guck mal. Ausschlusspfeffer. Ausschlusspfeffer. Paragraf 31, Leute. Hey, hey, Jungs. Was sagst du gerade? Flickbar. Okay, ein Schadler. Nein, er hat eine Chance. Aber Blit. Eigentlich mit Zinken. Zinken haben auch keinen Platz an meinem Tisch eigentlich. Ja, Leute. Aber gerade, Jungs, guck mal, ich sag euch schon eines, ganz kurz. Du, ey, du hast ihn noch auch gezinkt bei deinem Spiel? Wir sind nicht in deinem Land. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal ganz kurz. Jungs, 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 Jungs. Ganz kurz, ich sag euch schon eine Sache. Vorhin, wo wir die Runde gemacht haben, ne? Da guckt er auf mein Handy. Ich sag dem Wörter besser am Lachen. Der freut sich. Jetzt wurde er rausgeflogen. Ist auf einmal. Er sagt, die Jugend wird treuer. Hab ich das Wort benutzt? Nein, du bist nicht reingekommen. Ich hab das Wort benutzt. Jetzt er sagt einfach... Ey, Jungs, aber wie dreckig ist das, Alter? Warum schummelt ihr? Ey, Händys auf Tisch. Händys auf Tisch. Händys auf Tisch. Händys auf Tisch. Ey, wenn ich UNO spiele, ich leg Karten immer unter meinen Arsch und so. Warte, ich versteck auch. Du bist ein dreckiger. Du dreckiger Bruder, wir haben richtig angespielt. Hey! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 19, 14, 15, 15, 15, Du musst A sagen. Ja sag mal A. A. Stopp. D. D. Wie langsam, wie langsam... Wie dietrockbar. Wow. Er meint D, D. Wie dietrockbar. Doppel D. Hat Stil, ne? Der Bräune. Oh. Ja Brunner, aber ganz ehrlich, ich würde das nicht akzeptieren. Er heißt Kevin Brunner. Ich kann nicht zu Cristiano Ronaldo Ronaldo. Das kann ich gut. Also kannst du auch zu Lionel Messi später einfach Messi sagen? Ja. Nee. Aber das geht mir nicht. Aber das geht mir nicht. Dann kann ich jetzt bei K. gleich auch Kevin Brunner sein. Ja Skandal, bitte beruhigen Sie sich. Ja, kommst du ja. Dann verbessere es. Kommst du ja. Innerhalb zehn Sekunden verbessere es. Zehn. Kann er ja nicht. Warte, warte. Worüber geht es? Worüber geht es? Was geht ab hier? Nein Bruder. Starts, ne Starts. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. 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 Zwei. A. Dracula! Du kennstieder, Wallah! Aber Dracula hat recht. Und? Okay, Biggie! Dracula! Wallah, kennst du kein Dracula? Star mit D. Was? Star mit D. Denk doch an einen Schauspieler! Ualipa, Mann! Yes, Baby! Okay! 10, 9, A! Das ist stark! Aber warte mal! 10... Schrei doch nicht so, Junge! 7... Ey, warte schon... Donald Trump Mein Bruder Drake Mein Bruder Welche war? 10 9 Ich bin die Verbindung Sag, 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 welchen Namen ich mache 1, 2 mit D Diego Maradona Das verdient, aber brav Das verdient Das ist der Kamerunadino. Komm ich mal kurz. Verstehst du? Einfach der Cousette von Biggie. Ja, noch einen Applaus dafür. Shutaren familiärisch. Sri Lanka. Denzelwashing. Was? Mach mal kurz ne? Wie raffiniert er die Zeit ausgenutzt hat zum Überlegen. Wallah du bist so schlimm ne? Drei, zwei. Durata Dora die Maus. Boah. Ich liebe dich. Zemr. Wenn nicht alle anderen Albanerinnen, ihr habt mein Herz. Ich liebe euch auch. Wie heißt der Bruder, der fast klar wurde? Django. Ich küsse dein Herz aus dem Film. WTF, Bro? Das ist ein Film, Bruder. Das ist eine fiktive Person, Bruder. Das ist mein Bruder. Der besser, der besser. Kennst du Django? Das ist ein fiktive Charakter, Bruder. Guck mal, das Ding ist vor der Herzen. Hallo Django, mein Bruder. Nein, wenn das nicht tun würde, ich gehe raus. Schenk an mir. Don Joni, albanischer Star. Ich kenne den. Hätte ich auch gesagt, wäre Schalwaner. Acht. Wenn eine Pizza brennt. Warst du auch mit? Zehn. Neun. Guck mal, ich mache nur so. Sechs, fünf. Drei, zwei. Derrick Rose. David Getter. Ja. Warum sagst du? Aber es gibt doch noch einen. Der ist nicht so direkt, aber der ist... Der ist mein Lanzmann, der Mixer. Degadie. Degadie. Degadie, sagt der. Hey, du bist doch raus. Ich bin raus, Bruder. Der ist der höchste. Detlef Dezuz, habe ich schon gesagt. Damit ihr wisst. Also, Degadie. Ich, ich, ich hab das gesagt. Du bist doch... Weil der hat gerade keinen Werding. Fünf, vier. Der ist der Rapper. Das ist der UK Rapper. Der ist der Rapper. Wie ist der Mann in den? Der ist der Dave East, meinst du? Dave, meinst du? Dave und Dave East. Nein, das ist nicht der selbe. Das ist der Rapper. Hey, Jungs weiter, weiter. Zehn. Du bist. Ich, Darth Raider. Was? Erzählt die Spektive. Was ist der? Geh mal rein die Pizza. Nein. Der Rapper ist halt da. Ja, die Dino. Hallo. Hallo. Dir die Dropper. Auf welcher Kategorie jetzt? Martin. Stopp. Stopp. Armani, Armani. Jetzt Martin. Adidas. Audi. Aber Crumbie und Fitch. Ja, aber Krumbie. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Er hat mich gerettet. Er hat mich gerettet. Er hat mich gerettet. Oder Adidas Cousin. Was hast du gemacht? Ja, ich darf schon. Alles gut, Bruder. Ich bin nicht mehr mit. Alles gut, Bruder. Ja, ist vorbei dann. Okay, ist vorbei. Du bist raus. Welche Kategorie jetzt? Jetzt haben wir Essen und Trinken. Also Essen oder Trinken. Ja, genau. Wo ich raus bin, Alter. Ich schwöre, ich hätte die Mutter gebeten. Wo sitzt du nicht? Gib dir ein bisschen Input. Ah. Stopp. Habe ich mal mitgezählt. Nochmal. Wala, ich muss. Das ist typisch, Kenner. Komm, nochmal. Er ist doch der einzige Mensch, der das Alphabet zählt. Ich habe mich mal mitgezählt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Hey, komm. Ah. Stopp. E. Essen mit E und Trinken mit E. Essen. Sagt Essen. Sagt Essen. 1000 Sachen. Eistee. Minions. Ah, Essen oder Trinken. Jetzt darfst du nicht Eistee sagen, weißt du, wa? Ei. Edelsüß Paprika. Einer sagt Eistee. Oder kann man essen? Ja, sehr süß. Ente. Edelsüß Paprika. Du. Ist doch, oder? Ist denn das Kling? Erdbeeren. Was ist denn da? Erdbeeren. Erdnüsse. Erdnüsse. Danke für das Eischernchen. Hey, Bruder. Edamer Käse. Erbsen. Oh. Oh. Elefant. Ich war dran. Okay. Elefant. Ist dir das auch? Ist dir das nicht? Westen. Westen. Elefanten Eintopf. Du hast geschmackt. Genau. Sekos dran. Sekos dran. Ich hab eins. Energydrinks. Ja. Ja. Esel. Oder was macht der da? Esel. Esel. Warte mal. War das gerade Spuck oder war das am Tisch? Sehr ehrlich. Aber man muss sagen. Das war alles der Vitor Dreck. Das gibt's ja nicht. Esel. Ich dachte wirklich. Okay. 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wie krass das ist. Krass ausgeschrieben. Wenn alle nur so. Okay. Jetzt ist wieder neue Kategorie, Bruder. Wieder hier? Guck mal Bruder. Nochmal. Also wie gesagt. Wenn ich zum Beispiel A sag. Wir gehen hier durch. Emre weiß zum Beispiel nicht was bei A kommt. Dann ist Emre raus. Kali ist weiter. Bis wir einmal komplett alle durch sind. Die Leute die keinen Buchstaben finden für Stadt fliegen raus. Und dann kommt Land. Dann so weiter. Bis wir am Ende einen gewinnen haben. Einfach Stadt, Land, Fluss. Genau. Okay. Dann fang du an. Also ich fang mit A an. A. Stopp. F. Bin ich dran? Ja, Stadt. Stadt? FFM. Frankfurt. Friedberg. F*** mich. Na, ist gut Bruder. Frankfurt oder? F***er. Also weiterer Start. Fett hier. Fett hier. Kali, was hast du da gesagt? Fett hier. Fett hier. Freiburg. F***er. Freikon, Mosele. Friedrichsan. F***er. 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 Helft mir mal. Blasen. Aber ich weiß es nicht, ich schau mal runter. Warte, nein, nein, chill, mach mal bitte. Hallo, mein Freund. Papa Kastein. Guck mich mal, du bist ein frübscher Mann. Mach mal, ich geh schlafen. Schlafen mit F. Gute Nacht, Jungs. Rasha, eine Stadt mit F. Fischl. Okay, weiter. Vito, nix das? Ja, warte mal. Fischl ist ein Stadtteil von Krefeld. Direkt wieder raus. Rasha, das war's. Danke für deine Teilnahme. Ich will sogar sagen. Du fliegst aus der Villa, heute noch. Also am besten, so wie du gekommen bist. Das geht der Walla, ich liebe dich. Friedenfurt. Das ist der geilste. Okay. Das ist der geilste. Zähl du schon mal. Mario. Ist das richtig? Ist das richtig? Ich kenn dich, okay. Ich kenn dich auch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Bitte, nimm auf meine Kamera. Was sagst du? 77.000 Einwohner. Nicht immer gelerde Stadt. Ey, ich geh schlafen, Samuel, ich komm. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 1. Ich zähle ab, ich weiß noch nicht. Go. Oder chill einfach auf der Pfanne, guck. Arsch! Mach doch was zum Arsch! Du sagst Favela. Ich hab schon einen gefunden. Warenheit. Geiler Durst auf jeden Fall. Okay, okay. Friedrichsheim. Friedrichsheim ist richtig, ja. Friedrichsheim? Oder mach mal bitte aus. Friedrichsheim gibt es. Friedrichsheim ist ein Stadtteil. Aber es gibt auch Friedrichsheim. Ja. Flensburg. Oh, stark. Der hat eine Punkte. Boah. Boah. Er war Flensburg. Boah. Warte, lass mich überlegen, Bruder. Ich hab einen. Neun. Fünf. Vier. Fieselheim. Was? Was ist das denn? Fieselheim. Was? Alleine deine Reaktion, der Einwohner. Was? Wie viele Einwohner haben? Ich küss dein Herz. Soll ich schon die Einwohner wissen, oder was? Fieselheim da? Wer kennt Fieselheim nicht, Bruder? Ich kenne seine Herzen. Ich google jetzt für dich. Fieselheim. Schreib Fieselheim Stadt. Stadt, Stadt. Stadt. Fieselheim Stadt. Der ist Errei. Der ist Killer. Hier, ich küss dein Herz. Hier. Was? Das ist gar nichts. Ich hab so was noch nie bei dir. Bruder, du gehst auch auf Bilder, mein Bruder. Normal, wenn du auf Bilder gehst. Du musst das nach vorne bei Google schreiben. Bruder, das kommt. Guck mal, ich geb Fieselheim Stadt eins. Was hab ich noch nie gelesen. Guck mal, was jetzt passiert. Guck mal. Guck mal, was jetzt passiert. Guck mal. Sogar Internet geht hier nicht. Guck mal. Bruder, gibts nicht auf mit deiner Tantana. Warum lachst du? Du kannst nicht lügen, Bruder. Ja, Safi, komm, ralas. Wardo, wie bei Facebook. Immer dieses, wenn Wardo sagt, IT, Bruder, das es nicht gibt, dann sagt er, schreib dahinter Tier bei Google. Weil irgendwas kommt schon da, Bruder. Du bist dran empfällig. Brüchen ist in Bayern. Gibt's. Machen wir nicht von A vorbei? Der ist doch jetzt los. Achso, ja stimmt. Achso. Du bist doch. Bei mir ist ja fertig. Bruder, du bist jetzt weiter mit Land A. Ja. Machen wir mit A weiter. Okay. A ist das Land? Achso. Okay. Aber warum A? Guck einfach, wir gehen alles mit A durch. Angora. 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 Ich bitte euch. Okay, mach einfach so. Das ist schon eine Vorlage. Ägypten. Zählen wir das? Ja, klar. Sagen wir einfach A. Und Emre, guck mal hier auf die Zeit, bitte. Armenien. Oh, der kam so richtig auf. Albarien. Du hast Angora gesagt, ne? Ja, mein Mann. Dann sag ich Angola. Australien. Von Seite. Argentinien. Aserbaidschan. Boah. Ja, ich bin wieder drin. Das ist krass. Skandios? Ja, ich glaube ich bin aus. Skandios? Australien. Warte, warte. Was ist Skandios? Hier ist doch raus gewesen. Nein. Doch, der ist raus. Dankeschön, Gower. Ja. Das ist krass. Weg mit die Fischer. Ja, ich sag Australien. Ich wollte, ich hätte auch gesagt Aramenien, aber ich glaube, das gibt es leider nicht. Ich nehme Australien. Danke, Bruder. Gibt es. Ja, aber da bist du raus. Da bist du raus, Herr Schatz, Bruder. Nein. Vier Runde geschafft? Ja, Bruder. Jetzt sind wir bei Infinite weiter mit A und jetzt kommt Name. Anna. Alexander. Ein Name mit Arda. Arda Güler, keine Batsche. Was denn? Name mit A. Pass auf, dass du jetzt nicht den Namen hier nennst, der gerade schon genannt ist. Das ist eine reine Disqualifikation. Anton. Ali Osman. Oh. 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 Antonina. Oh. Jetzt ist Emre dran mit Tier mit A. Affe. Oh, das wird gut. Ich hab einen richtig, richtig mieser Tier. Guck mal, den, den du sagen willst, sage ich jetzt. Ameisenbär. Ich wusste entweder du oder du. Wallah, ich wusste das. Adler. Hast du eingesperrt? Alpaka. Oh. Der war sehr deep. Alter. Der war sehr deep. Der war sehr deep. Das ist für die Diebe. Tick. Tick. Akani ist kein Tier, oder? Akani ist Pokémon. Tick. Antilope. Akani ist von Pokémon. Das ist krass, was wie eine Vorlage du weißt. Ich nehme einfach Ameisen, Bruder. Ich habe Ameisenbär gesagt. Das sind zwei unterschiedliche Tiere, Bruder. Das sind zwei unterschiedliche Tiere, Bruder. Was noch? Antilope habe ich gesagt. Achso. Bin ich dran? Ja. Auf türkisch Maymun. Auf deutsch Affe. Disqualifikation. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt die Runde vorbei? Nein, nein. Wir haben sich Mühe gegeben. Der ist ex auf Tick. Auf türkisch Maymun. Disqualifikation. Disqualifikation. Wallah, wir haben nicht gekriegt. Kaj, Wallah. Aber jung, komm auf die Zeit, ne? Tick. Tag. Tag. Tick. Tag. Das macht so eklig, ne? Aal. Ohhhh. Doppel Aal. Letzte Sekunde Aal. Du hast gerade Tia als erstes gesagt. Ja. Das ist hart für dich. Wallah, jetzt ist Kali berufen mit A, Bruder. Das wird schwierig für dich. Für mich? Ja, Bruder. Du musst dir vorstellen, jetzt kommen so viele Berufe. Hast du dir gesagt? Aber ich habe das Wort jetzt gesagt. Nein, nein, Bruder. Das geht nicht. Warum? Du hast auch Australi gesagt. Ja, nochmal. Aber ich habe ihm das Wort weggenommen, Habi. Ja, der kann das nicht sagen. Sag mal einfach das Wort, was er gesagt hat. Nein. Normal, das geht nicht. Was war ein Wort jetzt? Ja, ja. Sag mal einfach das, was er gesagt hat. Bruder, mach nicht. Arzt. Ich weiß, was du gesagt hast. Aber Arzt ist gut. Sag einen Beruf mit A, komm. Sag einen Beruf mit A. Bruder. Ja, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Was war jetzt? Erstmal soll ich überlegen, Bruder. Eine Arzt-Helferin. Uuuuh. Sag. Ähm. Ach, Kimi. Du bist mir geile Vorleihung. Architekt. Boah, guck mal wie dreckig. Überleg doch, du hast genug Zeit. Glaub mir, du kommst noch auf was. Ich glaube. Guck mal dein Auge. Achso, sorry. Ach, das ist nicht gut. Ja. Was ist mit deinem Auge, ja? Ich weiß jetzt nicht. Alles gut. Alles gut. Der wird Zeit sparen. Der wird Zeit sparen. Äh. Wir sind bei 15 Sekunden. Augenratz. 4 Sekunden. Okay. Astronaut. Uuuuh. Was ist mit deinem Auge? Ah, ich bin zum Augenratz. Der ist doch raus, oder? Scheiße, Mann. Der ist raus. Oh mein Gott. Ein Beruf gibt's. Waller, das muss man wissen. Ja, in Viertel, weiß er. Ach, bin ich dran? Ich dachte, du bist dran. Anlagenmechaniker. Uh. Achso, ja. Es gibt noch ein krasses. Anlagenführer, Anlagenmechaniker. Altenpfleger. Boah, Altenpfleger. Boah, Altenpfleger. Steht auch hier. Steht auch hier auf Liste. Der ist ja jeder. Okay, der ist raus. Der ist raus. Jalla, du bist dran jetzt. Kallis. Stars mit A, Bruder. Geil. Geil. So macht das Spiel viel mehr Spaß. Jetzt, Aschke, ich sage. Wenn keiner sagt, ich sage. Das ist auch mein Schatz auf jeden Fall. Angela Jolie. Ich bin dran. Wie du das ausgesprochen hast. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ariana Grande. Oh. Hey. Hey. April Lavine. Dass du den Alten springst, ist traurig. Musikerin oder was? Anthony Davis. Angela Merkel. Boah. 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 Warte, wer ist dann jetzt dran? Wer muss die erste sagen? Nein, nein. Du bist der erste bei Marken. Mit A. Mit A. Mit A. Was ist das? Wir hatten gerade noch Marken. Also 100 Marken. Anthony Mordel. Boah. Der wird auf dem Prinzip eine Sch... Wala gibt's nicht. Wala gibt's nicht. Wala gibt's nicht. Hey, was ist das denn? Nein, der ist raus. So was darf man nicht machen, aber du rasierst den doch. Okay, komm, Adidas. Der Bruder ist unter, Walla ist unter, bei mir war er auch so. Er hat dann mein Wort benutzt. Ja, raus. Okay, dann kommen wir da rein. Raus, raus. Nein, Bruder, jetzt aber bei euch. Raus. Adidas und Aduma, PG, Adidas. Walla, du bist da. Pg, Adidas. Nein, Bruder, warte mal ganz kurz. Seit 40 Minuten in Sevilla bist du nicht mal hier gewesen, weil du schon erst da rausgeflogen bist. Weißt du, warum? Weil da ein Standpauker ist oder? Walla, wenn du willst, komm gleich, Yasin. Okay, warte, du hast, was hattest du, Adidas, Audemar, PG, Audi. Was soll ich noch holen für dich? Was? Hör auf mit deiner Fülle. Jede Runde, der ist auf dem Allee, der ist draußen. Achso, der ist hier ganz schön. Apple. Oh, Apple, stark. Ich liebe dich. Also, ähm. Michael? Nein, nein, Emre. Er hat doch vorher noch was Behebeltes. Boah! ISIS. Boah, diese kankere Flücher hat mich daran erinnert. Amiri. Kankere Flücher, Skiri, Praga. Äh, Aloe Vera. Wow. Chili! Also, ab jetzt sind alle wieder drinne. Und nein, Bruder, du sagst jetzt A und im Filmen sagt Stopp und wir gucken. Okay. Stopp. Alle sind wieder drinne, Leute. Ja. A. Alle sind wieder drinne, Leute. Stopp. P. Jawohl, das ist klar. Das ist gut, aber. Stab. Stab. Äh, Pirmasens. Ach, gut. Was? Kenan, du bist. Ein Stab, ein P. Wenn du jetzt keine kennst, bist du... P. Pär. Mann, Pär, okay. Pär. Kau mal was du jetzt machen. Den du sagst. Pamukkalä. Uh, was ist das? Prischtina! Hey, du witzig ne? Du witzig echt. Prischtina, das kann man sagen. Stab. Pär und Prischtina. Pittsburgh. Boah, die Pittsburghs... Die sind auch in Deutschland von Haft. Ich hab ja andere Sachen gehört. Ja, okay, geh wieder zurück. Boah, du bist doch auch von Seite da. Petersburg! Das gibt es, oder gibt es? Petersburg? Nein, das ist Petersburg! Wie du aus! Darf ich das mal ohne sagen? Wer ist dran? Komm, rette schnell! Hör auf! Von da nach da! Alle drei Disqualifikationen! Nein! Wala, eigentlich schon! Alle drei Disqualifikationen! Was? Nein, Wala! Das ist hart! Ich habe nicht verstanden! Guck mal, wir machen so! Wir machen so! Egal, Scheiße! Aber, Bruder, ich schwör, ab jetzt! Ab jetzt ohne Hilfe! Jalla! Jalla! Wer einen Handy-Mandy hat, auch raus! Also, Vito raus! Nein, Potsdam! Portofino! Oh! Pekin! Oh! Äh, Philadelphia! Oh! Viel Slime! Bruder, es gibt zwei... Nein! 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 Aber da rein! Pekin! 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 Nein, nein, Bruder, wir bleiben ja weiter! Ey, du bist dran! Land mit P! Achso! Viel Spaß, Leute! Pekin! Achso! Was war was denn? Land? Land, Land! Ich guck wieder! Polen! Polen, 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 Polen! Ey, Julia! Äh... Paraguay! Was? Ach, Latino und so! Peru! Ohhhh! Portugal! Ohhhh! Ohhhh! Das war dein Joke, oder? Ja, Bruder! Jetzt, go, go, go! Bei so vielen Buchstaben muss man eigentlich Schmerzbecken. Jetzt ist es schwer weg, Alter! Und schon! Anni, Schau, Bruder! Psch! Ich hab einen, warte! Ich dachte, den muss ich jetzt sagen! Tick! Irgendwas mit Paar! Tick! 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 Ich hab noch eins! Tick! Tag! Tick! Ulaib! Panama! F**k Alter! Puerto Rico! Palestine! Ohhhh! Ohhhh! Palestine! Palestine! No.1! Palestine! Palestine! Pakistan! Eh... 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 Ich hab's gehört! Ohhhh... Ohhhh... Ich erklär euch, wie das war! Ja, okay, warte mal, ich sag das Wort, aber weil du das jetzt gesagt hast und ich hab's geschürt. Ja, warte doch, ich erklär euch, wie das war. Ich hoffe, alle, ich bin am überlegen. Ich guck, der hält Augenkontakt zu Sarko. Der Sarko sagt zu dem... Pakistan. Sarko? Ich hör das. Ist okay, Pakistan. Ey, Sarko, der hat Sarko gezinkt. Sarko. Ey, zigzag! Werde ich jetzt dafür disqualifizieren? Aber was hast du denn alles? Du haust mich raus. Ich schwöre, weil Allah schon gesagt hat, ich liebe dich. Warum soll ich, ich kann dir doch nicht helfen, sonst würde der doch ein Land jetzt sagen, Bruder. Ey, ihr wisst alle, was das bedeutet. Hier sieht man, ob auf die linke oder auf die rechte Seite, mir ist das egal. Disqualification. Raus! Ich liebe dich, kurz gesagt, Bruder. Bei diesem Spiel sieht man wer loyal ist und wer nicht. Witzig war, Kali, Kali, zink den, der zink den, der zink den. Der zink den einfach nicht so. Also wir sind auf jeden Fall, dass Eiken 5 ist 31, ganz groß zu spiel. Ja, das ist gar nicht. Ja, das ist gar nicht. Bei Eiken 5 fängt das mit Verrat an. Okay, warte mal, wir sind fertig. Ach nee, ihr findet. Warum? Ich kann doch auch noch nicht. Sorry, Bruder. Das ist ganz ernst, Bruder. Bro, da geht sowas sauer direkt. Maro, bester Mann. Warte! Warte! Das ist jetzt kurz eine Sekunde. Wie, aber diese darfst du jetzt nicht mehr sein? Nein. Warte, woher kommt mein Bruder John? Hä, das musst du doch sein. Philippinien, Bruder. Stark. Alla Respekt, Bruder. Hat der schon? Keiner hier. Ich hatte Pakistan, Bruder. Aber das heißt nicht Philippinien. Ja, Philippinien. Ja, Philippinien, Philippen, Bruder. Philippinien. Ja, gleich das Philippinien. Normalfilippinien. Nein, wie denn? Philippinien? Hallo, hört auf! Pokerest, aber ich glaube es ist nicht das. Nein, es ist leider nicht Pokerest. Also das heißt auch nicht. Es gibt auch nicht Pokerest. Nein, es gibt auch nicht Pokerest. Nein, ich spinne. Was ist Pokerest? Ey, Fittet. Fittet ist rausgekommen. Achso. Ich muss trotzdem sagen, Respekt, da so viele Länder mit P gekunden haben. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Oh, Fittet. Ey, ganz gut. Hat jemand noch, hätte noch jemand eins mit P gekunden? Nein, ich habe gerade auch selbst für mich sogar geguckt, Bruder. Es gibt halt einen lang. Das ist Phantasia. Ich habe gerade geguckt. Das wäre krass. Und es gibt, das heißt Papua Neugirnia. Papa 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 Neugirnia. Okay. Kenan, du bist draußen, ne? Nein, du bist drüben. Du hast ja Polen gesagt. Wer ist dafür, dass Kenan draußen ist? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Emre, du bist dran. Wir sind bei Name. Name ist easy. Ey, darf ich mitmachen bei Name? Ich schaff das nie bis Name, ja? Also soll ich? Name ist Rube. Also du machst Rube. Peter. Peter. Du bist ein Dating, Bruder. Also gleich, sage ich dir. Ich bin jetzt dran. Paul. Piet. Was? Piet. Was? Piet. Piet. Was ist der Name? Erdplatz. 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 Mach mal ein Name jetzt. Acht, sieben, sieben, sieben. Ja, raus raus! Raus, der Garten! Hey, Bajo, wie meinen wir das? Disqualification. Ja, ja. Da auf rechts! Das ist Qualifification. Disqualification. Okay, komm. Ich komm und schon mir euer Hack zur Rückland. Bei Icon 6. Bei Icon 6. Patrick. Patrizia. Du bist doch raus mein Bruder, mein wunderschöner Bruder. Du bist raus, weil du grad das Wort von links Sarko gesagt hast. Bist du leider raus. Warum bin ich raus? Warte, ich bin doch nicht alleine drauf. Bruder, warte mal ganz kurz. Das heißt, wenn einer ein Wort... Wala einen mitnehmen. Nochmal für mich, weil er ein Wort reicht. Warte. Weil er, du bist raus. Bruder, ganz kurz. Du hast gezählt. Und du hast gesagt, jeder der Zink fliegt raus. Das war deine Ansprache. Okay, darf ich noch mal kurz. Nein, nein Bruder. Ich hab, guck mal ganz kurz. Ich hab gesagt, jeder der dem anderen hilft, Bruder. Ja und der hat dir geholfen. Bruder, hat er nicht. Er hat dir geholfen und ich hab zugeguckt, wie er dir geholfen hat. Sei ehrlich. Ja, aber Bruder, hab ich das Wort benutzt? Du wolltest es ja benutzen. Nein, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Wow, das ist so unfair. Aber Bruder, hat er das Wort gesagt? Ja Bruder, weil er ihm das zugeworfen hat und ich beim Nachdenken hab ich gehört, wie Sarko das geworfen hat, Bruder. Wer ist dafür, dass es gerade raus ist? Kein Problem von mir. Einfach jeder. Ich hab mich nicht gemeldet. Ich hab mich entspannt. Oder ich werde aber auch nicht sagen, wie es weiter geht. Hä? Woher die Wildfrasch raus wird? Das kann dann machen. Das ist mein Ball. Ich geh jetzt in den Augen. Okay, ich muss ein Name sagen. Das krass ist, dass er nur wie er sich durchtribbelt will, dass er noch dabei ist. Das stimmt. Paulina. Oh, schöner Name. Brasilska. Pelé. Beruf mit P. Oh, ich hab so viele. Heinz Mauland. Mit P. Pfleger. Nein, da bin ich raus. Prediger. Postbote. Wohin, Bruder? Polizist. Bist du jetzt noch dabei? Oder meint ihr das gerade ernst? Er wirft dir ein Wort zu. Du bist doch raus, Cousin. Was? Der macht einfach eigene Regeln. Der spielt einfach trotzdem nicht raus. Der Emre hat super. Wie? Das geht doch nicht. Okay, Bruder, ganz ehrlich. Ich bin raus. Dann nimm du Polizist oder Pädagoge. Warum? Ich bin doch noch. Jetzt geht sie rund. Ich bin dafür, dass wir kämpfen. Ja, okay, Polizist. Was? Mann, ey, Polizist. Du bist doch raus. Hättest du einen anderen Beruf gesagt. Hättest du lieber uns gesagt. Nein, was sagst du? Ich hätte noch andere. Was denn? Nein, nichts. Was hättest du noch Pädagogen? Hey, wer muss jetzt noch sagen? Präsident. Ey, ist keiner nicht raus? Nein, Wada Bile, nein. Natürlich bist du Wada Bile, nein. Natürlich bist du Wada Bile, nein. Wada Bile, nein. Nein, nein, er ist wirklich bei allem mit gewesen. Er hat das Beleg gerade gesagt. Aber warte, bist du in Angst? Bruder, bist du in Angst, Fabi? Was? Warum? Präsident ist ein Beruf? Normal. Ja, Wada Bile, nein. Was ist das denn sonst, Bruder? Ey, meinst du das denn? Hey, meinst du das denn? Ich sag dir ehrlich. In der Kamera, so ist es. Ey, 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 ey. Ich hab noch keinen Verruf mit P. Ich auch. Ich bin noch nicht drin geworden, Bruder. 3, 2, 1, let's go. Politiker. Boah. Jetzt geht's weiter. Ich bin dafür an erster Stelle. Ich schwöre auf alles aus Prinzip. Der ist disqualifiziert und der auch. Warum? Der hat Politiker gesagt, Emrah hat gesagt, ich hab nur wegen dem gehört. Ich hab nur Sarko gesagt. Ey, 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 ey. Ihr wollt mit mir diese Filme machen? Nicht Transition aus dich. Ey, was war das? Ja, du hast von denen das Wort genommen. Was ist das denn? Du hast das Wort? Raus. Was hab ich gesagt? Raus. Nein, nein, aber so war das ja auch gerade bei Sarko und bei mir. Der hat einfach Pädagoge... Was war das? Ey, das Ding ist, wir können nicht... Okay, mach weiter, mach weiter, bitte. Was? Ist doch so. Es ist unser Format, wir können nicht raus sein. Das ist doch so. Ihr habt ja jedes Spiel gewonnen. Weiter. Das war mal ein Bootsspiel. Ich wollte das nur mal betonen. Das war mal ein Bootsspiel. Hast du auch so gespielt? Niemals so. Wir waren auch weniger Leute, glaube ich. Okay, erzähl. Glaube ich. Okay, warte mal ganz kurz. Auf die Geiseln. Vito. Starz mit P Vito. Ja. Das ist was anderes. Raul Panther. Ey, jetzt hat Steve. Der Hut von Sahne. Zwei Päschen. Ich mach auch zwei P. Ey, was macht ihr? Was tuschiert ihr da? Ich red doch gar nicht. Ich guck doch auf meine Lippen. Du siehst doch, ob meine Lippen sich bewegen, oder nicht? Guck jetzt, welchen Star der sagt. Denkt ihr, das kommt von mir? Komm. Du musst anstehen von ihnen. Du Mann, ich hab doch so recht. Ich hab ihn so schön. Oh, ich hab ihn so schön. P, ne? Reservator. Geil. Bruder, 17 Sekunden. Ich küsse eure Herzen. Bruder. Pamela Anderson. Krass. Nein, raus. 17 Sekunden, Bro. Was laberst du da, Bruder? Was laberst du da, Bruder? Was laberst du da, Bruder? Warte, Bruder. Warte, kommst du auf 17? Warte mal, warte mal. 5 Sekunden nach dir, der erst gesagt hat. Äh, was macht die? Wer ist das? Ja, Pamela Anderson, Bruder. Manu Nezen oder Manu Nezen? Pamela Anderson. Ich hab ja frisch gesagt. Was macht die? Bruder, wie? Musst du wissen, was die macht oder was? Nein, ich mach mal. Ja, Bruder. Hey, Bruder. Hey, Bruder. Ja, Bruder. Ich küsse deine Herzen. Hey, Bruder. Hey, Bruder. Ja, ich wollte gerade sagen, Bruder. Okay, ähm. Paulo Dybala. Oh, ich mach auch den. Ich mach Paul Paul Seipzig. Ich mach Paul Paul Seipzig. Ich mach auch den Exempi. Ist doch sowieso vorbei. Ist doch sowieso vorbei. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Ich muss nicht vorbei. Oh, fuck. Ein Star mit P. Pepper Wutz. Das ist ein fiktiver Charakter. Oh, Allah, Pepper Wutz ist einfach nicht. Bin ich so? Bin ich so? Hättest du gemacht mit mir? Hätte ich Patrick Star sein? Darfst du noch mal? Hey. Oh, Allah, ihr habt es so gemacht? Ich hab mal ne Wunder. Er hat ihm das gesagt. Oh, Allah. Das weißt du nicht. Das weiß der nicht. Das weiß der nicht. Das weiß der nicht. Doch, doch. Du kannst ihn nicht rausschmeißen. Das ist deren Format, Digga. Du fliegst raus an mir. Du hast ihn doch bei mir gesehen. Okay, komm weiter. Du bist ein Verräter. So, BZ ist dran mit Marke. Philipp Morris. Pfff. Wo ist das? Brada. Malgo. Du bist. Philipp Lein. Nein, das ist immer noch aus. Philipp Lein. Brada. Raus hab ich schon. Raus mit dir. Raus. Qualifikation. Qualifikation. Alles. Einfach qualifizieren. Bursch. Bursch. Polosport. Okay. Essen und trinken. Burak mit P. Pommes. Boah. Stark. 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 Sehr krass. Der war krass. Ich muss sagen, du hast krass überlegt. Du bist dran, keine Ahnung. Punica. Was ist das? War das ein Getränk? Funica. 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 Ich hab Funica gesagt. Funica. 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 Ich bin deine Backforms Andy. Ich bin deine Backforms Andy. Aber guck mal, wir kommen doch so. Sag mal ehrlich. Pfirsich. Yes, Bito. Jetzt der raus, jetzt der raus. Paulana Spezi. Berlin hat die K. Pfefferminz. 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 Das war's, wir sind durch. Wallah krass, ich hätte niemals gedacht, dass so viele hier mal mithalten. Wir haben es dran, war alle? Also du bist rausgeflogen von dir. Ja, verstehe. Okay Seko, was würdest du sagen? Waren wir alle gut? Wallah, ihr seid übel, Bruder. Ich wurde verbannt, hab ich nicht verstanden? Da war ich mit dem Spiel. Gezwinkt, komplett auseinander. Schau an dich, ey. Aber geiles Spiel. Ich hoffe, ihr seid übel. Ihr seid besser als wir auf unseren Booten auf jeden Fall. Warum ist das mit dir kein Hab? Warum heißt das mit mir? Dann sag mir jetzt ein Land mit Z und du bist weiter. Bruder, wegen Darth Raider? Sag mir jetzt ein Land mit Z und du bist weiter. Was? Ich schwöre auf alles, was ich von Zypern sagen. Dann sag mir jetzt eine Marke mit Z. Eine Marke mit Z. Zahra, ich Marke. Ja, stark. Und jetzt ein Essen trinken mit I. Mit I? Ingvar. Ich bin nervös. Ingvar. Nicht du, Bruder. Ipanema, Junge. Oh, Ipanema. Marke mit I. Marke mit I? Diese Icon. Ich weiß, was wir brauchen. Ich weiß, was wir brauchen. Das ist Disco. Das heißt Disco, Bruder. Icon. Icon, die Klamottenmarke. Diese Icon. Walla, weißt du, was ich gedacht habe? Ich dachte, du bist jetzt so radikal und sagst Iglo. Von Fischstäbchen. Diese Marke. Boah. Nein, aber Walla hat Hack genommen. Ich hab Darth Vader gesagt. Du hast recht. Du hast recht. Nein. Gib ihn an der Herzen. Aber Walla. Okay, spende das Video. Okay, warte. Bis dann.